Hallo Leute, wir sind heute in der Stadt Bücherei Tübingen und wir wollen Medien ausleihen. Hey, und nachher haben wir schon ein paar rausgesucht und verbuchen die direkt. Ja, und zwar, indem wir unseren Leseausweis auf das Feld legen, auf Ausreihe klicken. Perfekt, die Medien auf das Feld legen. Dann weiter. Hat sie erkannt? Perfekt, können wir einpacken. Ist da auch alles drin. Wir wollen ja keine unvollständigen DVDs mitnehmen, das mal kontrollieren. Wir wollen aber vor allem auch, wenn da so viele CDs drin sind. 1, 2, 3. Woo, alles gut. Smile Eater. Perfekt. Dann, der Korb ist leer. Wir können noch beenden sehen. Ein Beleg. Nee, wir schonen die Umwelt, oder? Wir gucken online nach, dann passt das. Perfekt. Neues. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Ciao. Viel Spaß beim Selbermachen. Ah! Ja, okay. Das war's.